Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es ein neues Team of the Week, aber nicht so das, steht heute an diesem Mittwoch an, sondern wir haben auch eine neue Kampagnen, Player Pick, genau gesagt Wundertüten, Player Pick SBC am Start, die wollen wir heute einige Male machen, vielleicht 5 mal, vielleicht 10 mal, schauen wir gleich rum, wir gucken uns das Team of the Week an, außerdem natürlich wieder eine Prime Icon Moments, das SBC und die hört auf den Namen Del Piero, wir haben eine kleine Feine Puzzle SBC und alles gemeinsam schauen wir uns heute hier an, mit dem Team of the Week, Silver Star ist auch wieder am Start, bevor wir rein starten in das Video, lasst gerne wieder Liebe da, wenn ihr täglich dabei seid und den täglichen Content auf jeden Fall feiert, gerne Liebe da, lasst uns 500 Likes, gebt wieder als Ziel raus, lasst uns die so schnell wie möglich voll machen, Dankeschön für euren Support, heute Mittag ist auch schon ein Video online gekommen, heute also Doppel Upload wieder am Start und ja, hier gibt es immer mindestens ein FIFA 22 Content Video, falls ihr neu seid, also gerne hierbleiben, Glocke aktivieren, das Ganze ist kostenlos und gerne für den Algorithmus, schreibt mal runter rein, wen habt ihr in der Wundertüte gezogen, schreibt es mal rein in die YouTube Kommentare, wäre auf jeden Fall Ehre, allein für den Algorithmus, Dankeschön für den Support. Ja, wir springen natürlich gleich auch zum Foodbind, gucken uns im Detail das Team of the Week und so weiter sofort an, vorab fangen wir aber erstmal mit dem Silver Star an, das ist ein Sharp, ja, und Sharp ist in der EFL unterwegs, Agnath Link, Stürmer, 2 Sterne Spezialbewegung, ob das stimmt, das wäre natürlich böse, 3 Sterne auch, also ich hoffe, das ist ein Visual Bug, weil sonst wird die absolut uninteressant, diese Karte. Von den Stats sehen wir hier, ja, für eine Silberkarte sehr, sehr in Ordnung, kann man mit arbeiten und wir kennen das Ganze, Silver Stars, mit 3 Siegen, 8 Toren und 6 Torvorlagen in die Silber Lounge rein und dementsprechend das heute Neues sozusagen zu den Zielen. Ja, gehen wir einen Step weiter zu den SBCs direkt oder erst Team of the Week anschauen, Freunde, ihr habt es eben grob gesehen, fangen wir mal gerade an mit dem Team of the Week, würde ich sagen, und gucken uns das hier ingame schon mal kurz an. Und da sehen wir Hart im Tor, wir gehen mal kurz zu grob durch, Hart im Tor, sag ich schon, Pickford natürlich, sein Nachfolger sozusagen im englischen Tor, Pickford, dann haben wir Lukas Vasquez, auf Rechtsverteidigerposition, Delikt, neue Innenverteidiger am Start, dann haben wir LAV Gerhard, dann haben wir Barria im Mittelfeld mit David Silva, Brand natürlich mit dem Doppelpack, 4-Sterne, 4-Sterne, RM am Start, dann haben wir Bourijo, wir haben Schauerschlei, 4-Sterne, 4-Sterne da ebenfalls und dann den Mainman des dieswöchigen Team of the Weeks, Nummer 30, Kylian Mbappé, der natürlich auch mit seinem Headliner-Upgrade um die Ecke kommt. Und ja, außerdem Immobile, immer High-Rated mit am Start, diesmal mit der 90er-Version und dann geht es rein auf die Reserve, Schrägstrich auf die Auswechselbank, Diego López Saliba, er hat ja schon quasi seine SBC draußen, Provo, dann haben wir ihn als Feature, Team of the Week, MW Pu, kriegt direkt zwei, TOTW ist on top, Nudesch ist am Start, González, dann haben wir Healy, Jefferson, Roof und so weiter und so fort, wir kennen eh keinen. So, das zum Team of the Week 30, gleich mehr bei Footbind dazu, jetzt aber Squad-Building-Challenges und da fangen wir mal hinten an, so wie wir das letzte, äh, gestern gemacht haben, äh, eben nicht, sondern diesmal andersrum, wir fangen mit dem Prime-Icon-Moment-Spieler an, also, Alessandro Del Piero, natürlich wieder auch als Laie draußen, weil ich sehe schon acht Segmente, Freunde, es könnte günstig werden, es könnte günstig werden, gucken wir mal rein, Bronze, Silber, nice, oh, 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 Team of the Week, oh, 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 so günstig? Hä? Ist das ein Fail von EA? Ist ja mega gut. Okay, das ist heftig. Also, da müssen wir ganz klar sagen, EA ist momentan extrem am Gönnen. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Aber, es ist eine Top-SPC. Top-Preis-Leistung. Jetzt mein erster Eindruck. Wir gucken gleich mal, was die Foot-Bink-Comedy-Team mal so meint. Aber jetzt erstmal rein zu den SBCs. Und da haben wir heute im Live-Segment einiges am Start. Okay, nicht so viel wie sonst immer. Taggys-Upgrade. Könnt ihr übrigens wieder mitnehmen. Taggys-Upgrade. Und außerdem, die 85-Plus-Spielerwahl ist wieder repeatable. Die war ja zweimal wiederholbar. Da war aber ein Couter drauf. Auf zwei Tage warten. Die sind jetzt abgelaufen. Das heißt, jetzt könnt ihr heute nochmal für die nächsten zwei Tage einmal die 85-Plus-Spielerwahl mitnehmen. Da kurze Erinnerung für euch. Dann haben wir Inspirieren. Premium-Goldspieler-Pack am Start. Gucken wir da mal kurz rein. Oh, 80er-Grader-Squad. Ja, ist aber okay. Ist aber okay. Für das Pack. Seltenes Goldpack, ne? Premium-Goldspieler-Pack. Oha. Auch Premium-Goldspieler-Pack. Nice. Also auch gute Puzzle-ASPC am Start. Und dann haben wir die Kampagne in Wundertüten-Spielerwahl. Freunde. Ihr fragt euch, was drin ist. Ihr seht es hier. Ein von zwei. Wir haben die Wahl. Zwischen zwei Spielern. Einen können wir wählen. Und zwar an Future Stars Team 1 oder zwei Spieler. Food Birthday Team 1 oder zwei Spieler. Oder Food Captains Team 1 Spieler. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da bei mir gleich drin ist. Leider nicht wiederholbar. Läuft ab in drei Tagen. Und das sind heute sozusagen die vier SBCs. Del Piero Laie. Del Piero die normale SBC. Die kleine Puzzle-SBC inspirieren. Und dann die Kampagnen Wundertüte. Und da schauen wir jetzt einmal rein. Und da müssen wir mich nur abgeben. Ich habe schon gedacht, wieder zwei Team of the Weeks. Aber nein. Hier seht es. Ein Team of the Week. 85er Rating. Okay, ein bisschen höher als gestern. Ja, die anderen SBCs. Aber nur 45 Team Schmie. Freunde, meiner Meinung nach auf jeden Fall eine mega SBC. Wir geben jetzt tradable Navas ab. Außerdem dann der Rest untradable. Leno, Heuberg. Alles Low-Rate. Tierney haben wir am Start. Auch untradable. Bale haben wir groß. Untradable gestern gezogen. Thiago ebenfalls. Dembélé. Und dann tauschbar gut noch Canales, untradable Jimenez. Und Schau. Felix ist am Start. Das alles geben wir ab. Easy Game. Und ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, was das Ganze gibt. Kampagne Wundertüte. Vor einer Woche kam sie raus. Ich glaube, dienstags war es. Und jetzt schauen wir mal rein. 3, 2, 1. Peng gleich rein in die Kommentare. Let's go. Komm schon. Nicht der Ernst. Zwei Future Stars. Och nein, Digga. Nein. Das meint die doch nicht ernst. Wir nehmen natürlich Jill mit. Ist ja gut. Können wir uns darüber freuen? Ich meine, der hat gute Beweglichkeit und Balance. Er hat vier Sterne, vier Sterne. Hochmittel-Arbeitsraten. Gutes Pace. Freunde, wir gehen auf den Transfermarkt. Was kostet der denn? Und Bootmann haben wir dann am Start. Ey, ist das denn der in Ernst? Brian Jill. 70.000 Münzen. Was kostet die SPC? 90. Schade. Aber wir nehmen ihn mit. Bootmann haben wir sowieso schon untraded. Wenn er tradelt, wäre wir was anderes. Brian Jill kommt rein in den Verein. Gehen wir rein in die nächsten. Und zum Teamwork of the Week 30. Und gucken uns alles im Detail an. Also, let's go. Und rein da. So, Freunde. Also, Teamwork of the Week 30 ist draußen. Mbappé. Schauen wir uns natürlich an. Außerdem, draußen mit einem Headliner-Upgrade. Das ist ein Barrier. Habe ich vergessen. Also, er auch am Start. 88er für ihn jetzt sozusagen hier am Start. Bzw. sind noch nicht geupgradet. Gucken wir gleich mal rein. Also, Mbappé schauen wir uns an. Das ist logisch. Außerdem, schauen wir uns den Feature Teamwork of the Week an. Wir gucken uns mal Brand an. Just for fun. Und ich glaube, sonst ist auch vielleicht noch ein Delikt und Barrier nicht wirklich viel Interessantes dabei. Wir gucken uns natürlich den Silverstar an. Eben Footcaptain jetzt am Start. Und dementsprechend seht ihr schon ein paar, die man gleich in den Wundertüten noch ziehen können. Vlaovic, Daka, Wirtz, Konate und so weiter und so fort. Gehen wir kurz zum SBC-Segment. Vielleicht sind schon Preise da. Ne. Also, Preise sind leider noch nicht am Start. Aber wir sehen schon 81% Daumen nach oben hier für ein Del Piero. Bei der Puzzle der SBC ist ein Preis da. Und auch hier die Campaign Back Player Pick. 90.000 Münzen. Habe ich ja eben schon gesagt. Ungefähr jetzt kurz nach 19 Uhr. Fangen wir aber mal an mit einem Kilian Mbappé. Der natürlich sein Team of the Week hat. Aber, falls ihr ihn habt. Also, es wird ein ganz normales Team of the Week Upgrade sein von der 83. Stimmt, wir haben den POTM theoretisch noch. Das ist natürlich deshalb jetzt uninteressant. Das müssen wir tatsächlich zugeben. Also, insofern ist das wirklich so ein, ja, ein Schlag ins Leere im Endeffekt. Aber es ist zumindest der Upgrade eben auf diesen Headliner. Insofern ist der Headliner sozusagen das Interessante an der ganzen Geschichte. Und dann haben wir eben den Feature Team of the Week. Drei Sterne, drei Sterne. Ordentliches Upgrade. Massives Upgrade. Kommt aus der Premier League. Deshalb mehr nutzbar. Mit 91 Pace läuft ja natürlich euch einiges ab. Und vor allen Dingen sehe ich hier gerade 99 Ausdauer. Das meint ihr nicht ernst. Guck mal, von 90 auf 99 hoch. Oha. Das ist ja mal ne... Was ist denn bitte das für ein Sheetcode? Für 26.000 Münzen. Hä? Freunde? 89er Gradesiter? Von der 75 hoch? Also, den würde ich echt mal just davon einfach testen. 99 Ausdauer. Mit ordentlich Pace am Start. Oha. Was ist mit ihm denn los, Freunde? 91er ZM, 92er ZM mit Powerhouse. Freunde? Also, das hier könnte ein Sheetcode sein. Geheimtipp. Für, falls ihr keine Coins habt. Oh mein Gott, Freunde. Er hat ja die SPC gehabt. Julian Brandt. Ihr habt recht. Sein Headliner wird ja auch geupgradet. Guckt mal, Freunde. So sieht es mir nicht aus. Also, der Info wird es eher M, aber natürlich sein Headliner bleibt ZOM. Oha. Also, das ist eigentlich das Headliner Upgrades im Team of the Week. Drei Stück schon am Start. Dann haben wir Delict. Uninteressant wegen der SPC wahrscheinlich. Ja, einfach Pace zu wenig. Komische Tempo-Aufteilung. Aber für eine Silberkarte kann man mal mitnehmen. Aber drei Sterne, vier Sterne. Gibt besseres. Gibt besseres, aber das ist klar. Ja. Also, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die nächsten Wundertüten. Wie viele um die Ecke kommen? Ob 6, 7? 10 sind sogar 20, 5, whatever. Werden wir gleich sehen. Also, rein und let's go. So, Freunde. Fangen wir mal an. Hier jetzt auch der 85 plus Player Pick von heute mit am Start. Gucken wir. Oh mein Gott. CR7. Böses Ding. Alle anderen schon als Erstbesitzer eh schon am Start. Insofern. Let's go. Cristiano Ronaldo. Was ist das bitte für ein Anfang? Und jetzt zur zweiten Wundertüte. In diesem Video. Noble und Doku. Immerhin zwei Spiele, die du auch noch nicht hast. Gehst du auf Pace. Oder auf den neuen. Er geht auf Noble. Ist auch mehr Rating. Insofern absolutes GG. Zu CR7 und Noble. Und damit rein in den nächsten. Let's go. Der nächste Player Pick. Nummer 3. Oh, was. Endika oder Elmas. Wen nimmst du mit? Das ist ja der Duel. Die Duel-Geschichte bei Elmas. Ich würde wahrscheinlich auf Endika gehen. Und er macht es auch. 2,87er geratete. Wie hättet ihr entschieden? Freunde. Auf jeden Fall auch hier. Fettes GG. Preislich. Top dabei. Und wir sind zum nächsten. Player Pick Nummer 4. Cooper. Also wieder ein Foot Captains am Start. Ne, war mit. Und Elmas wieder zu sehen. Ich denke auch hier soll das klar sein, wen wir mitnehmen. So Freunde. Und last but not least. Für den heutigen Mittwoch. Player Pick Nummer 5 ist am Start. Schreibt mir wie gesagt rein in die Kommentare. Was habt ihr gezogen? Und schon wieder diese Future Stars. Wieder 2,87er. Er nimmt Trinkjau mit. Und wir beenden das Video. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet auf jeden Fall gerne ein. Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos. Und in dem Sinne. Bis morgen. Euer Flo von Archit Gaming. Ciao Leute.